Ja, und ihr seht schon, ein ziemlicher Erfahrungspunkte-Lieferant für unsere Fernkampf-Einheit und für den Zauberer. Und das passt eigentlich recht gut. Ich muss nur gehen, um weitere Befehle zu erhalten. Lebt wohl, Kommandeur. Ja, damit haben wir unseren Holger verloren, kriegen aber gleich Ersatz, wie unser Dietrich sagt. Und zwar können wir hier unsere bestehenden Truppen endlich wieder aufstocken. Auch unser Mörser ist dann wieder einsatzfähig. Und wir können hier eine Einheit anwärmen, Langbogen schützen. Unter Johann Kehler. Ja, keine schlechte Einheit, vor allem da die auch ballistische Fähigkeit 4 haben. Und die werden wir doch glatt mitnehmen. Ich speichere hier nochmal ab. Imperium. Und mache mich weiter auf dem Weg nach Null. Vordere Einheiten melden einen Angriff von Wölfen. Ja. Ja. Attacke. Ja. Ähm. Ja, genau. Hier. Ähm. Hier sehen wir 4 Einheiten Wolfsreiter und einen Feuerzauberer, der von innen umringt ist. Und, ähm. Ja. Und, ähm. Ist hier eigentlich auch eine, ähm, Mission, die ihr einem Tontauben schießen gleicht. Aus einem Kampf. Und wir lassen hier eigentlich auch wieder alles von unserer Kavallerie und von den Fernkompfeinheiten erledigen. Und, ja, wir können sich eigentlich die Langbogenschützen schonmal beweisen. Die sind eigentlich echt nicht schlecht, da sie eine ziemlich lange Reichweite und, äh, auch kurze Schussfrequenz haben. Und, ja, die werden wir jetzt hier einfach mal erst die Erfahrungen sammeln lassen. Ja, äh, ich kann schonmal soviel sagen, der Feuerzauberer wird sich uns dann anschließen. Auslag der Dankbarkeit. Ähm. Aber, das ist hier eigentlich fast nicht einsetzbar in diesem Spiel. Also, äh, wir übernehmen ihn zwar in, äh, Dark Omen. Da taugt er etwas mehr. Aber hier in, äh, Schatten der gehörten Ratte ist er eigentlich nicht brauchbar. Und darum spielen wir die Mission hier eigentlich nur, um unseren Fernkämpfern und dem Magier weitere Erfahrungspunkte zuzuschanzen. Äh, ja, nur soviel vorab. Also in Dark Omen ist er wirklich nicht schlecht. Ähm, da hat er einen Spruch, wie ist der Feuersbrunst des Verderbens oder so ähnlich. Und, äh, ein ziemlich nackiger Zauberspruch, mit dem man ganze Regimente rüsten kann. Aber hier in, in diesem Spiel ist er eigentlich fast nicht brauchbar. Kann ein paar Feuerbälle schleudern, aber das war's schon. Äh, Matchwinner hier ist eigentlich unser Allor. Ja, damit es nicht allzu lange dauert, greifen wir hier mal die Wolfsreiter mit der Kavallerie an. Wo liegen die eigentlich welche? Ja. Maschieren wir noch ein bisschen hin. Hier. Ich glaub magische Gegenstände gibt's auch nicht in dieser Mission. Auch die Winde der Magie spucken nichts aus. Müssen wir uns halt auf unsere Kavallerie verlassen. So was gibt's? Ja, wir können euch hier weiterentwickeln. So was gibt's? für den Bernstein-Zauberer auch noch einen ziemlich guten Spruch in einen Krähen-Schwarm oder so ähnlich, den man auf die Gegner lossetzen kann und die ziemlich viel Schaden machen. Aber der ist dem momentan noch nicht vergönnt und ich glaube den kriegen wir dann, wenn wir noch eine Stufe aufsteigen mit ihm. Ja gut, auf die beiden Wolfsreiter kommt es mir jetzt auch nicht an und damit beende ich die Mission. Vielen Dank für eure Hilfe, aber ich habe sie ganz gut in Schach gehalten. An eurem Banner sehe ich, dass ihr eine Streitmacht von Söldnern seid. Es sieht außerdem so aus, als könntet ihr die Hilfe eines Meisters der magischen Künste gebrauchen. Ich stünde für derartige Dienste zur Verfügung, zu einem angemessenen Preis. Lasst uns die geschäftlichen Angelegenheiten in meinem Wohnwagen besprechen, mein Herr. Mein Herr wird eure Zeugnisse und Empfehlungs-Schreiben überprüfen. Ja, wir schauen uns den Typen mal kurz an. Hier der Feuerzauberer. Luther Flammenschlag ist stur und egoistisch. Ja, wir lassen ihn aber links liegen, also für 100 Gold Chrom brauchen wir den Typen wirklich nicht. Ich speichere hier nur kurz mal ab. Und im nächsten Let's Play setzen wir uns weiter in Marsch Richtung Nullen. Bis dann.